Die erste Übung, die wir hier machen, ist über das Netz Schieben und Drive. Das Drive spielen nur auf den Körper, das Schieben auf dem halben Feld. Und beide Seiten dürfen auch ein Unterhand-Clear spielen, auf die Mitte, auf dem wir dann drehen und Umsprung machen. Und um das zu machen, Janis zeigt hier nochmal die Bewegung mit. Du machst sie hinterm Netz, Mellick, stell dich mal mit rein. Brauchen wir eine Beinarbeit, wenn der Swip kommt. Und zwar dieses wieder, was wir gerade schon hatten, links die Drehung im Spur. Machen wir bitte mit, fünf Stück, schnelle, zeig mal. Hopp, hopp, drei, hopp, vier, fünf. Die schnelle Drehung, die es landen, diese Drehung und schlagen, das ist die Geschichte. Okay? Ihr beiden schieben, Drive und heben. Auf geht's. Komm, und tief stehen, vollgas. Beide dürfen heben, beide schieben, ja. Und dann hauen. Schnelle Drehung. Und jetzt richtig Tempo machen. Komm, Tempo machen. Härteren Drive. Und komm, Angriff, jawohl. Nachsetzen, gut. Aufpassen, ja. Ah, der war nicht schlecht. Dafür haben wir das Netz verhängt. Dass ihr wirklich jetzt lernt, gucken, was kommt. Bleibt erstmal vorne von der Aufmerksamkeit her. Auf Schieben, auf Drive. Und vertraut darauf, in dem Moment, wo ihr seht, der Ball taucht auf und fliegt hoch. In dem Moment kommt diese Technik. Und dann kommt die schnelle Bewegung. Vorne bleiben, jawohl. Gut. Offensiv. Sehr gut. Jawohl.